Wusstest du, dass es im Meeting kleine Easter Eggs gibt? Wenn du zum Beispiel im Feuerland in der Nähe des Tele-Otos bist, kannst du ganz einfach direkt nebendran gegen die Säule laufen und du wirst jeweils in dein Reich auf das Map 1 geportet. Es gibt mit Sicherheit noch mehr. Kennt ihr noch andere? Schreibt es gerne in die Kommentare rein, denn mir stellt sich die Frage...